Inflation ist immer ein monetäres Phänomen, so sagte einst Milton Friedman und da hat er durchaus einen Punkt. Allerdings reicht es nicht, wenn Notenbanken einfach Geld drucken, dass dann automatisch Inflation entsteht. Dem ist nicht so, das haben wir lange in Corona-Zeiten gesehen. Die Notenbanken haben Geld gedruckt, Geld gedruckt, aber die Geldumlaufgeschwindigkeit ist gesunken. Erst als dann auf verschiedenen Teilen der Welt Lockdowns waren, hat sich diese massive Liquidität, die dann noch verstärkt wird durch Helikoptergeld, durch Staaten, wirklich niedergeschlagen in massiver Inflation, weil zu viel Liquidität, zu viel Nachfrage da war bei zu wenig Angebot an Gütern und Dienstleistungen. Und durch den Ukraine-Krieg bekommen wir den nächsten Inflationsschock, so muss es heißen. Denn jetzt haben wir einen Energieschock, wir haben einen Rohstoffschock, wir haben vor allem einen Nahrungsmittelschock, weil eben Weizen und Ähnliches so bedeutsam ist in der Ukraine, in Südrussland, für die Welt. Und diese Exporte, die fallen jetzt aus erstmal und das ist etwas, was nicht schnell vorbeigehen wird. Und jetzt stehen die Notenbanken da, die haben viel zu lange gepänt, sind nicht auf die Bremse getreten, auf dem Gaspedal geblieben, mit Vollgas auf eine Mauer zugefahren und jetzt ist der Weg zu kurz, um noch zu bremsen, bevor der Aufschlag auf die Mauer kommt. Also was tun? Heute werden wir in Gestalt von Christine Lagarde die gesammelte Ratlosigkeit dann sehen. Das konnte doch keiner wissen, dass das kommt. Wir haben doch nur ein bisschen Geld gedruckt, um der Wirtschaft zu helfen. Meine Damen und Herren, ich ahne schon, was da an Schwachsinn alles heute auf uns zukommt. Das ist das eine. Und das zweite ist dann, sind die Inflationsdaten aus den USA, die sonst total im Fokus wären durch den Ukraine-Krieg, so ein bisschen zumindest in den Hintergrund gekommen sind. Aber heute dürfte das im Fokus sein. Wir dürften wieder mal ziemlich heftige Anstiege sehen. 0,8 zum Vormonat und 7,8 Prozent zum Vorjahresmonat. Im letzten Monat waren es 0,6 und 7,5. Auch da über der Erwartung. Wir haben nur einmal jetzt seit Beginn des Jahres 2021 die Situation gehabt, dass in einem Monat die Inflation nicht deutlicher gestiegen ist als erwartet. Inflation Surprise Index schießt durch die Decke. Jetzt hat das Weiße Haus, fast schon rituell, in Gestalt von Pressesprecher Psaki gesagt, ja, wir erwarten eine sehr hohe Headline. Keine Frage, sie dürfte sehr hoch werden. Eben vor allem durch die schon gestiegenen Energiepreise. Das Ganze hat sich dann ja erst noch radikalisiert, eben durch die Kriegssituation in der Ukraine. Also das ist die Erwartung, die auf uns zukommt. Jetzt sagt zum Beispiel Bloomberg Economics, wir erwarten, dass wir jetzt wahrscheinlich doch für den Februar, und die Daten werden ja veröffentlicht, aus dem Februar jetzt eine, also heute eine Inflation von 8,0 Prozent sehen werden. Schauen wir uns mal die Estimates an, die Schätzungen der verschiedenen Banken. Niedrigste ist Sockgen 7,7, höchste ist PicT bei 8,1, J.P. Morgan, die Dauerpullen liegen bei 8,0, ebenso Morgan Stanley, ebenso Nomura. Also eine 7,7 wäre wahrscheinlich dann schon die nächste Erleichterungsrallye. Wow, wir haben nur 7,7 statt 7,8 Prozent, als würde das wirklich etwas ändern. Denn es zeigt doch, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, dass die Notenbanken jetzt eigentlich in einer desperaten Situation sind. Sie müssen jetzt die Zinsen anheben, tun sie es nicht, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, die Wirtschaft könnte uns hier absaufen durch diese massiv gestiegenen Rohstoffpreise. Dann brauchen wir keine Notenbanken mehr, dann können wir sie gleich abschaffen. Dann ist die Kontrolle endgültig verloren. Also werden sie versuchen, noch ein bisschen Kontrolle zu behalten, so zumindest meine These, damit sie nicht komplett ins Hintertreffen geraten. Hier sehen wir mal die Ausweitung der Bilanzsummen von der FED und der EZB unten. Und wir sehen, ja, das geht sehr, sehr steil nach oben. Die Reaktion war, das ist natürlich in der Rückschau immer relativ einfach zu sagen, aber sie war zu krass, zu heftig. Diese Geschichte war letztendlich in der Rückschau nicht so schlimm, wie die Notenbanken hier agiert haben. Die haben viel stärker agiert als in der Finanzkrise, als teilweise wirklich schon der Stecker aus den Finanzmärkten war. Jetzt hat man sozusagen nochmal mit der Bazooka, mit fünf Bazookas gleichzeitig gefeuert und steht jetzt eben vor der Situation, wir haben zu wenig Angebot, wir haben zu wenig Dienstleistung und wir haben viel zu viel Nachfrage. Wie kriegen wir das Ganze in den Griff? Und das wird uns Madame Lagarde heute erklären müssen, oh, das konnte keiner vorhersehen, dass wir trocken Geld und plötzlich haben wir Inflation, aber die ist vorübergehend. Wir erwarten im Jahr 3049, dass die Inflation wieder in Richtung 2% sinken könnte. Und das ist eine gute Nachricht. Naja, wahrscheinlich wird das so kommen. Also es ist natürlich, was soll sie da sagen, wir haben Scheiße gebaut auf Deutsch oder jetzt tut uns leid, dass wir euch da so in die Tinte geritten haben. Das wäre doch mal Anstand und anständig. Es ist einfach schwachsinnig, jetzt hier Staatsanleihen von Südländern zu kaufen, nur damit die keine Zinsen bezahlen und damit letztendlich die Märkte kaputt zu machen, die Marktwirtschaft kaputt zu machen, Zinsen abzuschaffen, damit den Risikoparameter schlechthin abzuschaffen. Wenn ich den nicht habe, wie sollen dann Risiken bepreist werden? Also es macht vorne und hinten keinen Sinn. Und die Quittung, die Rechnung, die sehen wir jetzt kommen. Und die kommt dann auf die Bürger in der EU auch noch zu. Hier sagt JP Morgan, 550 Milliarden Dollar mal obendrauf jetzt durch den Ukraine-Krieg. Wir hatten ja vorher schon massiv steigende Gas- und Benzinpreise. Das wird sich jetzt alles radikalisieren, auch wenn Öl gestern gefallen ist. Dazu gleich mehr. Jetzt sagt Sven Henrik, der ist ein Skeptiker. Was die Notenbanken betrifft. Und sagt hier, naja, also die FED will Zinsen anheben, aber guckt euch die Market Volatility an. Die FED hasst Volatilität, die FED hasst Uncertainty. Und jetzt die Geldpolitik zu straffen in so einer Situation, das würde gegen die Kern-DNA der FED gehen. Wann hat die FED zuletzt Zinsen angehoben, wenn der WIX im Bereich über 30 war? Fragt hier Sven Henrik. Ich bin hier nicht seiner Meinung ausnahmsweise. Warum? Weil Joe Biden den Auftrag gegeben hat an Jerome Powell, bekämpfe mir die Inflation, das ist jetzt die Priorität. Das hat Biden öfter gesagt, das hat Paul öfter gesagt. Und sei der WIX über 30 und sei die Situation, wie sie jetzt ist. Die FED muss etwas tun und sie wird etwas tun. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich hier mal nicht im Camp von Sven Henrik. Hinzu kommt, und das sehen wir hier bei den Consumer Companies, also bei den Firmen, die Güter für Konsumenten herstellen. Jetzt nicht nur für andere Firmen. Da sehen wir, dass es denen schon gelungen ist, die Preise anzuheben. Aber da ist jetzt nicht mehr so viel Luft nach oben. Die haben schon wahnsinnig viel Potenzial ausgeschöpft. Und da ist das Limit nicht mehr weit, wo dann die Konsumenten sagen, nee, also dann kaufe ich das nicht mehr. Dann will ich das nicht mehr. Und das stellt dann eben die Bewertungsfrage, wie hier ein Artikel zeigt. Das ist eben der Punkt, dass jetzt irgendwann Schluss ist mit weiteren Preissteigerungen, weil dann einfach der Bogen überspannt ist. Haben die Aktienmärkte gestern den Bogen überspannt? Rabobank, ich hatte ja gestern dieses Video gemacht. Glauben Sie wirklich an diese Rallye, in der ich versucht habe, in dem ich versucht habe zu zeigen, dass es sehr unrealistisch ist, dass da eine Friedenslösung jetzt kommt? Zwischen der Ukraine und Russland, dazu gleich mehr. Rabobank hat jedenfalls zu Rallye gesagt, lasst uns klar sein, diese Rallye war about options, hedging, short squeezes, not new developments in the war or energy markets. Exactly the point, Rabobank. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun, zumindest gibt es da keinen sachlichen Anhalt, sondern das war Mechanik, Marktmechanik, die vor allem im Optionsbereich so passiert ist. Dementsprechend habe ich mir erlaubt, die Frage zu stellen, glauben Sie wirklich an diese Rallye? Aber jetzt kommen die permanent Bullen sofort wieder aus den Löchern, etwa Markrocharts. Ja, meine Modelle, die zeigen, dass wir natürlich jetzt von extremen Levels nach oben gelaufen sind. Und wie bei anderen Tiefpunkten an den Märkten sei es so, dass diese erste Bewegung sehr impulsiv sei. Wir hatten ja beim DAX zum Beispiel im März 2020 zuletzt eine solche Bewegung, impulsiv nach oben. Aber was war das, ein himmelweiter Unterschied, März 2020? Klar, da war die Angst der Corona da, da waren Lockdowns da, aber die Notenbanken haben gepumpt, gepumpt, gepumpt. Jetzt können die Notenbanken nicht mehr pumpen. Erster Point, zweiter Point. Wir haben hier einen Krieg, dessen Auflösung, dessen Lösung ich nicht erkennen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sehe da nicht, dass da irgendwie ein Ausweg schnell erkennbar ist. Man hat Pferdekotzen sehen, die Dinge sind fluide. Also hier, die Dauerbohlen, da haben auch gestern auf meinem Video viele gesagt, ja, diesmal irrst du dich, Markus Fugmann. Das kann sein, ich irre mich oft, das ist ja keine Frage. Vielleicht diesmal aber nicht, wer weiß es. Wir werden sehen, jedenfalls halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt sich auflöst mit der Ukraine. Wir sehen hier den Dow 2%, Nasdaq 3,6%. Und wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, Technology, Financials, wir haben gestern einen Einstieg der Renditen wieder gesehen. Also raus aus den sicheren Häfen. Technologie, Consumer Discretionary, also diese offensiven, diese Risk Asset Klassen. Dagegen Consumer Staples, Utilities, Energy. Ölpreis gestern massiv unter Druck. Der DAX, das erste Mal gestern mit über 1000 Punkten gewinnt. Das hat er noch nie gemacht in der Geschichte. Da freuen wir uns aber sehr. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, was nicht nur bei Öl passiert ist, nicht nur beim DAX passiert ist, sondern auch am Anleihenmarkt passiert, am Devisenmarkt passiert, wo massivste Bewegungen sind, überall und aller Orten, dann ist das kein Zeichen, dass hier die Märkte super toll laufen, sondern es ist der Ausdruck von systemischem Stress. Und das ist genau der Punkt. Auch solche Bewegungen, die wir gestern gesehen haben, nach oben dann bei den Aktienmärkten, bedeuten systemischen Stress. Da darf man sich nicht vertun. Das ist eben Stress für viele Firmen. Für viele Player am Markt, für viele Falschpositionierte am Markt, da gibt es Opfer. Da wird es sozusagen Finanzleichen geben, wenn man so will. Und hier interessant noch eine Meldung von gestern Abend wäre jetzt wahrscheinlich eine Headline ohne diese ganze Ukraine-Thematik. Amazon hat ein 20 zu 1 Stocksplit jetzt gestern Abend verkündet. Und nebenbei sagt mir, wir machen praktisch einmal ein Buyback von 10 Milliarden Dollar, kaufen also eigene Aktien zurück. Und jetzt fragt man sich ja natürlich, warum geht dann die Aktie nach oben. Ist ja völlig logisch, weil jemand, der eine Aktie hatte, der hat jetzt 20 und das ist doch super. Also normalerweise müsste dann der Kurs um den Faktor 20 steigen. Jetzt ist, wo ist die gekommen? Knapp unter 2008 müssen wir mal rechnen. Also mal 20, dann müsste die so um und bei bei 56.000 Dollar liegen, wenn man ehrlich ist jetzt, oder? Warum ist jetzt die nur bei 3070? Das weiß ich nicht. Die wird vielleicht heute dann auf 56.000 Dollar steigen. Das ist eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Und insgesamt ist es ja auch mit den Aktien immer eine Frage der Zeit, bis man da Gewinne hat, gell? Aktien sind ja so eine Art, wie soll man sagen, Selbstbereicherungsmechanismus, der immer funktioniert. Das ist eine super Erfindung eigentlich, gell, wenn etwas irgendwo immer funktioniert. Und so hat jetzt die Bank of America herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verliert, im Aktienmarkt sogar schlechter ist, einen Tag, als wenn man eine Münze wirft, nämlich 46 Prozent. Aber in zehn Jahren nur 6 Prozent. Okay, jetzt haben wir natürlich teilweise sehr nette Phasen gehabt in der Geschichte. Und vielleicht kommen wir jetzt in etwas weniger nette, eben durch Inflation, durch höhere Zinsen wieder, weil die Notenbacken reagieren müssen. Aber sei es drum. Also das ist auf jeden Fall mal was für die Bullen, meine Damen und Herren, damit die eine Freude haben. Jetzt kommen wir mal zu dieser ganzen Öl-Thematik. Es ist schon erstaunlich, wie jetzt die beiden Administrationen praktisch geflippt ist. Vorher waren die ja sehr umweltbewusst, gell, und jetzt haben sie gesagt, we need oil and gas production to rise. Nachdem die Fracking-Firmen gesagt haben, wir können gar nicht, weil wir praktisch ja politisch so stark behindert wurden, Probleme hatten an Geld zu kommen. Das war ja nicht gerade politisch gewünscht, dass man eben fossile Energieträger fördert. Vor allem dann mit diesem massiv schmutzigen Fracking. Dementsprechend jetzt die beiden Administrationen, ja wie jetzt, ihr könntet die Produktion nicht anheben, weil wir vorher die Regulare praktisch verändert haben, könntet ihr jetzt die Produktion nicht anheben. Ja, wenn es jetzt kein Brötchen gibt, nur frisst es halt einen Kuchen. Das ist ja klar. Also da muss man schon einmal fragen. Öl, das sehen wir hier, natürlich massiv überspannt. Ich hatte das gestern im Videoausblick schon gesagt. Sowohl Öl als auch Gold, Öl vor allem mit einem ESI, der schon jenseits der Wahrnehmbarkeit war. Und dann passieren solche Dinge, diese massive rote Kerze durch, wie soll man sagen, Fake-Meldungen. Ist vielleicht zu viel gesagt, wir kommen gleich dazu. Price Stability ist hier zum Beispiel der Titel für diesen Chart, European Diesel Futures. Wir sehen, wie es da zur Sache geht. Aber schauen wir uns jetzt mal die Nachrichtenlage an. Die Ukraine hat gesagt, wir werden keinerlei Gebiete abtreten. Aha, also auch nicht Krim und auch nicht Donbass. Jetzt hat die russische Delegation schon vorab sagen lassen, wir werden bei den Friedensgesprächen not concede anything. Also in keiner Form nachgeben. Das ist, da werde ich ja super optimistisch für diese Friedensgespräche, die heute ja in der Türkei stattfinden. Und jetzt hat das Weiße Haus übrigens auch Russland gewarnt, hier chemische Waffen einzusetzen in der Ukraine. Die USA haben jetzt 13,6 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern bewilligt im Kongress an die Ukraine. Und wir sehen ja jetzt, dass die Russen sozusagen westliche Firmen verstaatlichen, nachdem die praktisch ihr Geschäft dort einstellen. McDonalds sagt, das kostet uns jeden Tag 50 Millionen Dollar. Ja gut, und das Weiße Haus hat gesagt, ja finden wir super, dass ihr das macht. Wir versuchen irgendwie zu verhindern, dass diese Assets von euch da beschlagnahmt werden. Also ein schöner, warmer, feuchter Handydruck. Okay, dann geht das, ihr solidarisch seid, aber bezahlen müsst ihr das halt selbst, das ist halt Pech. Und bezahlen müssen derzeit auch russische Investoren. Wir haben jetzt wieder mal, auch am 10. März heute, kein Aktienhandel in Russland, denn nur eben der Devisenmarkt. Was haben wir noch? Jetzt ist ja, wie gesagt, Kuleba, der Außenminister, in der Türkei angekommen. Hat sich dort erst mit den Türken getroffen, mit dem türkischen Außenminister. Wir haben also jetzt die dritte Runde dieser Friedensgespräche, die höchstrangige bisher, wenn dann auch der Außenminister dabei ist. Und jetzt sagen viele Menschen, Xi Jinping wäre doch eigentlich derjenige, der als Vermittler hier in Frage käme. Denn die Chinesen werden jetzt auch nicht begeistert sein durch das, was an den Rohstoffmärkten passiert, durch dieses Chaos, was da passiert. Da ist China ja selbst in einer durchaus schwierigen Situation mit seiner Immobilienkrise, mit seinem sehr, sehr schwachen Wachstum. Also vielleicht könnte da was kommen. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt der VW-Chef schon gewarnt hat, dass die Schäden durch diesen Ukraine-Krieg stärker ausfallen könnten als durch die Pandemie. Aha, wir werden also jetzt praktisch schon Vergleichs- und Schadensvergleich bald bekommen. Pandemie gegen Russland-Krieg. Wir sehen zum Beispiel in Nigeria, jetzt mal auf Topic so ein bisschen, aber da ist das erste, oder sehen wir jetzt, das erste Anzeichen von Problemen eben in praktisch Schwellenländern, wenn man so will. Da können nigerianische Firmen nicht mehr ihre Schulden in Dollar begleichen, sondern nur noch in der Landeswirkung Naira. Das heißt, wir haben eine Dollar-Shortage in vielen Ländern. Es gibt zu wenig Dollars derzeit und das ist Stress in der Welt. Und Stress zeigt auch, etwa was Kanada, was Trudoya gemacht hat, diese Bank-Accounts, diese Konten von den Truckern und ihren Unterstützern einzufrieren. No-Go nach meiner Auffassung, auch wenn man politisch mit denen nicht übereinstimmen sollte. Wir haben gesehen, dass Nickel ja durch die Decke geschossen ist, dann der Handel eingestellt wurde von der LMI, der Börse also. Die Trades rückabgewickelt wurden. Normalerweise müssten da Leute über den Jordan gehen. Ein großer chinesischer Player soll dadurch Zeit bekommen, seine Marge herbeizuschaffen. Auch das wieder ein Bruch von Regeln. Normal dürfte das nicht passieren, laut Regularien. Und was haben wir noch? Es werden internationale Reserve Assets eingefroren. Also die Amerikaner beschlagnahmen ja auch praktisch die Goldbestände der Russen etc. Die Russen beschlagnahmen amerikanische Eigentümer. Also es ist sozusagen eine permanente Situation des Rechtsbruches. Und wie heute die Dinge ausgehen werden. Wir haben 14.30 die CPI-Daten aus den USA, also Inflation. Und wir haben dann 13.45 die EZB-Entscheidung. Was sollen die schon entscheiden? Nichts. Also wird 14.30 dann die Pressekonferenz im Vordergrund stehen. Also 14.30, meine Damen und Herren, ist ein absolutes Muss heute, dass Sie da reinschauen bei Finanzmarktwelt.de. Sie können aber gleich damit anfangen mit dem Artikel Inflation, Stagflation und das große Risiko für Investoren. Wo ein sehr, sehr präziser, guter Gesamtüberblick über die derzeitige Lage gegeben wird, werde ich unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt das Allerbeste. Wir sehen uns hoffentlich 14.30 heute bei Finanzmarktwelt.de und später bei Marke Flüster. Servus und Ciao. Ciao. Ciao.